Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. In dem guten Monat ist es ja soweit, das 25-jährige Jubiläum unserer Eurofighter steht an. Und das ist ja auch im Zuge des Heimspiels gegen St. Pauli geplant, da so ein paar Feierlichkeiten zu machen. Im Rahmenprogramm der Partie werden im Jahr die Helden von Mailand noch einmal gewürdigt. Also etwas kleiner als auch vor fünf Jahren, aber trotzdem freut sich Olaf Thun sehr darüber, denn es gibt wohl auch fast nur Zusagen von den ehemaligen Spielern, die eben dann auch bei unserem letzten Heimspiel der Saison aufeinandertreffen werden. Generell sagte Olaf Thun auch, dass es auch nicht wirklich geplant war, das Event größer zu machen. Vor fünf Jahren gab es noch ein Fußballspiel, aber so ein Legendenspiel passt einfach auch nicht mehr. Wir als Eurofighter haben beschlossen, dass es kein weiteres Spiel geben wird, weil es körperlich einfach nicht mehr geht. Die Leute sollen unsere sportlichen Leistungen als gut in Erinnerung behalten. Und ich glaube, das macht auch durchaus Sinn. Und sollte natürlich Schalke den Aufstieg in die Bundesliga wieder schaffen, wäre das ja vielleicht sogar genau möglich gegen St. Pauli. Wir freuen uns alle, dass Schalke sportlich noch in einer guten Lage ist und dieses Heimspiel vielleicht sogar der krönende Abschluss werden könnte. Ich denke mal, das wäre natürlich ein wirkliches Traumszenario. Man darf träumen, es warten noch einige dicke Brocken, sagte eben auch Olaf Thun. Und er sprach auch über Schalke, wie sie aktuell im Auftritt in dem Saison-Endspurt und zeigt sich vor allem überzeugt von der Defensive. Und das erinnert auch so ein bisschen an die Eurofighter. Die Null muss stehen, sagte Yves Seben schon damals immer zu uns. Das wird wichtig sein. Das erinnert an die Eurofighter. Nur vorne hilft nicht der liebe Gott, wie bei uns damals, sondern Simon T. Rodde. So unsere Legende mit einem kurzen Schmunzeln auf den Lippen. Und somit ist auch Olaf Thun durchaus zuversichtlich und wünscht sich eben auch, dass sie Defensive hält, um dann vielleicht gegen St. Pauli ein wunderbares Fest feiern zu können. Eure Meinung dazu? Gerne mal in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao! Und Glück auf! Anale Schalker!